Das Problem mit dem christlichen Glauben ist nicht, dass er erprobt wurde und für unzureichend befunden wurde. Er wurde als zu kompliziert befunden und daher nicht erprobt. Wir bewegen uns von einem Säkularen in ein post-säkulares Zeitalter. Das wirft für das historische Christentum in unserer spätmodernen Kultur grundlegende Fragen von Realität, Autorität, Identität, Sexualität, Gerechtigkeit und Hoffnung auf. Vieles, was Christen historisch glaubten, sprengt den Vorstellungsrahmen unseres Zeitalters. Unsere postchristliche Zeit macht christliche Inhalte immer weniger voraussetzbar. Christenglauben verstärkt postdogmatisch. Der christliche Metanarrativ wird immer weniger verstanden. Wie sollen Christen Brücken zu einer Kultur bauen, wenn sie selbst den Inhalt ihres Glaubens nicht mehr verstehen. Wir wollen uns daher in einem neuen YouTube-Podcast Profundum Theologie – Glaube durchgedacht – mit dem intellektuellen Reichtum, der breite, Länge, Höhe und Tiefe der christlichen Geschichte biblisch verankert auseinandersetzen. Was glauben wir Christen eigentlich? Was hat das mit den Fragen unserer Zeit zu tun? Ab Februar 2023 starten wir diese Reise mit der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz. Nur hier bei Profundum auf YouTube und als Podcast. Sei dabei! Bis zum nächsten Mal! Tschüss. Vielen Dank.